Klemmende Bohrer, Aufbauschneiden und schneller Verschleiß. Wer in rostfreien Stählen und Titan bohren will, muss sich einigen Herausforderungen stellen. Der Vollhartmetallbohrer RT100 Inox Pro von Güring löst diese Probleme. Mit seiner optimalen Kombination aus Hartmetall, Geometrie und Beschichtung bietet er eine neue Dimension der Leistungsfähigkeit. Reduzieren Sie Ihre Taktzeiten um bis zu 50% und steigern Sie gleichzeitig Ihre Standzeiten um bis zu 60%. Zerspannen Sie jetzt mit dem neuen RT100 Inox Pro.